Und es gibt noch ein neues Mando Staffel 3 Trailer League. Diesmal mit fast perfekter Qualität und vielem, was wir noch nicht gesehen haben. Wie immer, Spoiler voraus. Das League ist auch unten verlinkt, schaut da schnell vorbei, sonst ist es weg. Wir sehen Mando mit vielen anderen Mandalorianern mit sehr interessanten Rüstungen. Wir sehen Palimoto, Greef Karga mit dem krassen Umhang, den ich im Video auf Stars Basis erwähnt hatte. Dr. Pershing, der scheinbar von der Neuen Republik verhört wird und auch irgendwo reinkommt, ob er da gefangen ist oder irgendwas infiltriert. Mehr Mandalorianer in Action scheinbar auf Tatooine, Captain Carson Tava jetzt nicht in Uniform, sondern im eleganten Gewand und auch mehr von diesem Raumkampf. Schaut da rein, das ist der beste Look auf den Trailer bisher, bis wir den in Monaten vielleicht dann hoffentlich mal offiziell sehen können. Für weitere tägliche kurze Star Wars Videos wie dieses, lasst ein Abo mit einem Klick auf die Glocke da.